Soho, let's go, ladies and gentlemen! Hallo, hallo, hallo. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, oder? Willkommen bei einem Gangbang in Doom 3. Hier, der eine fasst sich erstmal an Popo, der andere... Pfff, and not a single fuck was given. Und ich hab'n ganz heftigen Herzschlag. Ich weiß schon warum, keine Ahnung. Und ich hab' keine Ahnung... What the fuck? What the fuck? Was zum... Teufel... Okay, okay, das ist creepy. Okay, was zum Teufel, passiert da was, wenn ich was... Heilige Scheiße, heilige Scheiße, heilige Scheiße! Was zum Teufel? Was zum Teufel? Was zum Teufel, okay. Wow, Gänsehaut, Gänsehaut, Gänsehaut. Ach du Scheiße. Okay. Oh Gott. Was, Zellen? 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 Was? Was ist denn hier? Oh Gott, ich hab... Oh Scheiße, hab ich Angst. Was zum Teufel? Das sind alle Passagen aus dem Bereich nicht. Der einzige Legrand sucht ist das BFL, ein mechanisches Untersystem mit zwei höchsten Strecke. Was? Was? Die Leichtungssysteme sind im Eimer. Die Leichtungssysteme sind im Eimer. Los, wie außen da will ich. Viel Glück! Was? 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 Es geht ab. What the fuck? What the fuck? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Alter, kein Breakdancing. Kein Breakdancing. Kein Breakdancing. Und hier wird nicht mit Kugeln geschmissen. Böse, 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 böse! Böses Spinnchen. Böses Spinnchen. Komm her, komm her. Ja genau, spring zur Seite, komm, spring zur Seite. Meine Kugeln werde ich trotzdem töten. Kein Problem für mich. Aha, okay. Achso, du wirst es. Er trifft mich sowieso. Er trifft mich sowieso. Okay, jetzt reicht's mir. Reicht's mir! Okay Oh, das sieht gar nicht gut aus Oh Gott, hast du mich erschreckt Ich weiß nicht, heute bin ich irgendwie schreckhafter als Irgendwie die letzten Male Ja, ja, komm, ist das langweilig Und noch einer? Nein, gut Heute bin ich irgendwie schreckhafter als sonst Oh, das geht mir voll gegen den Strich Oh, das geht mir voll gegen den Strich No, 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 no Okay, Baby Oh, komm her Die Tür ist zu Ah, ne, davon hab ich gar nicht gekommen Okay Wir sind lustig Okay Es hört sich gar nicht gut an Es hört sich nicht gut an Und dahinter ist ja einer Ich wusste es doch Ja, komm her Idioten Ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst Ich hab Angst, ich hab Angst Ich hab Angst So Ihr könnt einfach mal in der Hölle schmauen Oh, oh Du, du, du Oh, du, du, du auch Oh Gott Okay Alles cool, alles cool Wir sind cool Ja, das sind wir Partyruck ist in der Haus Tonight Everybody just Have a Good time And Move your body Gut Er moved gut sein, buddy La, 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 la Oh, 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 oh Chillt Und Boom Oh Das weiß ich aber Das tut mir jetzt leid Echt Oh, oh, oh Oh, oh, heiliger Okay Alles ist heilig Die Welt ist heilig Da kommt auch ein Spiel raus Komm Haha Aschloch Oh Ah Guti, guti, guti Zwei mit einem Schuss Doppel Man nervt mich nicht Oh, das sieht gar nicht gut aus Oh, das hört sich gar nicht Oh, das hört sich gar nicht gut an Heiliger Oh, nein Nein, 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 nein Haha Oh, nicht blöd Äh Und Stirb Und Stirb Nein, nein, nein Stirb, 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 stirb Okay Cool Wo muss ich hin? Da muss ich hin Oh, komm her Oh, oh, nein Nicht Du bist da Ich geh das Was? Wieso? Wieso nicht? Ja, super Was soll ich das wissen? Meinst du, ich riech das? Meinst du, ich riech den Kot? Oh Das hört sich gar nicht gut an Hört sich 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 Heiliger Heiliger Was für ein Spinnengangmeng ist Hier denn jetzt Alter Nein, 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 nein Oh Okay Ich, ich, ich bin weg Ich bin weg Oh Ui Nein, ich geh wieder hoch Ich geh wieder hoch Oh, ich bin jetzt Viel besser Viel besser Ist noch irgendwo Ja, genau Spring zu deinem Spring in deinem Tod Und du auch Nee Und du auch noch Ja, genau Oh, oh Oh, nee Ist sonst noch Ach, gut Ja, boah Oh, Gott Das fühlt sich so gut an Irgendwelche bösen Viecher zu killen Wieso hab ich nur noch 30 HP eigentlich Ich weiß es nicht Na, jetzt hab ich 95 Huhu Oh Oh Die sieht mir gar nicht geheuer aus Ja, ich wusste es doch Komm her Komm, 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 komm Ja, ach, natürlich Oida, oida, oida Ja, komm Und du auch noch Komm Ja, genau Alter Jetzt, jetzt reicht's mir doch Jetzt reicht's mir doch Jetzt reicht's mir doch Endgültig Was zum Teufel war das denn schon wieder? Sag mal Muss ich ja nicht alles so scheiße anhören? Höh Oh Sag mal Du nervst zum Tode Ist ja gar nichts Was ist ich denn hier überhaupt? Meine Güte Strapaziert nicht Meine wichtige Zeit So Mann, hier muss man mal Klartext drehen Anscheiden Oh Alter, wirklich Hör doch auf What the fuck ist Okay Was In aller Höllen Name Ist Ich frag auch nicht Ich frag einfach gar nicht Man soll nichts hinterfragen Jetzt erschreckt mich schon Dieser Speicherbildschirm Also irgendwas What the hell Heiliger 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 Ja, ist doch gut Oh Aha, okay Also anscheinend Kommt hier der Endbus, oder? Oh Gott Oh Gott Oh Gott Nein Nein, 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 nein Jetzt sag mal, verarsch mich nicht Ja, bitte Oh Gott Oh Gott Irgendwie Ich weiß nicht Irgendwas ist los Okay Irgendwas Irgendwas ist Schrotflinte Okay Ich Ich Will gar nicht reingehen Hab ich gelandet für euch Ach du Scheiße Ach du Scheiße Oh nein, nicht gut Rote Tür Ach du Was Oh Das ist nicht der Gesichtsausdruck, den ich machen würde, wenn ich sowas sehen würde Ach du Heiliger Eine Die hat ja sogar Brüste Oh mein Gott, das ist eklig Das ist eklig Du bist eklig Du bist eklig Du schmeißt mich Heiliger Alter Nein What the fuck Das ist zum Teufel, was Okay, okay Nein, das ist nicht lustig Nicht lustig Geh weg Geh weg Geh Was Ich bin doch hier kein Pinball Au 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 Okay Was Sag mal, was geht denn verkehrt mit dir Alter Ja, wie Ja, genau Ich sterbe doch hier sowieso Hier, frisst doch Alter Ich spiel hier sowieso gleich tot Sag mal, könntest du meine gescheite Waffe nehmen Alter, das war's Das war's Was zum Teufel Das ist doch Du bist eklig Das war eklig Habt ihr Bäh Iiiiih Ich geh einfach weiter Oh man, das war eklig Oh, das war eklig N-Pro Anlage Oh, ich bin weg aus diesem Höllen Ding Ein N-Pro Kraftwerk Energieverarbeitung und Speicherung Ja Oh So Oh 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 Was Was Oh, so ein Viech, ey Jetzt übertreibt mal nicht Wollt ihr mich verarschen, ne Wollt ihr mich verarschen, ne Oh, riesenkettenreaktion Boom, 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 boom Steven Spielberg Nein, das ist Michael Bay Oh Jetzt gibt's hier gleich eine Kernfusion Ein Kern Im Flur Wo ich jetzt irgendwie lauf, ne Oh 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 Ja Oh Die wollen jetzt echt von so nem kleinen Viech Vernichtet oder was Stirb Stirb Stirb, stirb, stirb Okay Okay, komm mal noch zurück Was zum Teufel Was zum Teufel Oh Na toll Wie Robotik Ja Hallo Oh Gott Oh Wie süß Oh Gott Wie Robotik Oh, jetzt bin ich mir wieder so sicher Trotzdem mach ich hier mal eine ganz kurze Pause Hey Nimm's mir nicht bitte übel Nimm's mir echt nicht übel Ich brauch eine Pause Also nach diesem Ekligen Weiblichen Spinnähnlichen I Brauch ich echt mal eine Pause Also Das war echt Enpro-Kraftwerk Hey, wir haben 2 Stunden, 23 Minuten und 33 Sekunden gespielt Hey Vielen Dank, wenn ihr diese ganze Spielzeit mit dabei wart Das wär echt cool Das wär cool Ganz großes Dankeschön an die Leute, die wirklich von Anfang an mit dabei sind Das gefällt mir also Das gibt mir hier Motivation hier Alles zu zer Fub Was es gibt Was irgendwie nicht mehr menschlich ist Gut Ich hoffe, es hat euch gefallen Vielen Dank fürs Zuschauen Und Ähm Ich hoffe Ey Yo Wie Robotik Oh, du bist der Bass Okay, ich sage Ich heiße Ben Und ich sage Für meinen Teil Tschüss, auf Wiedersehen Und bis zum nächsten Pod Und ich hoffe, ich darf wieder begrüßen Tschüssi